Eyo Saixio und herzlich willkommen zu einer Minute Video auf meinem Kanal und es ist lange her dass man meine Stimme mal auf YouTube in dem Video gehört hat also muss ich schon sagen dass es irgendwo fehlt es mir doch muss ich sagen der Anlass oder der Grund des Videos ist zunächst erstmal einmal Danke sagen für 2018 Danke für den Sofort Danke für die lobenden Kommentare kann man auch sagen und auch in Anführungszeichen Bestätigung was die Aufrufe und das Teilen betrifft all das ist für mich einfach so irgendwo so ein kleines Glücksgefühl kann man quasi sagen was ich quasi sagen es ist einfach so es ist irgendwo ist das ein kleines Glücksgefühl da es für mich eigentlich schon ein Hobby ist dies aber doch sehr geschätzt wird also ich bin wirklich stolz drauf auf das was wirklich jetzt 2018 passiert ist unter anderem auch Video Nummer eins das ist Tupo Garage hätte ich nicht gedacht ehrlich nicht auch dass ich nicht einen zweiten Teil davon machen würde aber dazu kommen wir später der hauptsächliche Grund wieso ich überhaupt dieses Video mache warum ich wieder meine Stimme preisgebe die ja so gerne gehört wird ich glaube eher weniger ich schreibe es mal in die Kommentare übrigens ob ihr Bock habt auf mehr Videos mit meiner Stimme oder so dass ich quasi mit euch kommuniziere eine Bindung quasi aufbauen nicht nur mit den zwei Minuten des Carpons euch alles einfach wegscheppere denn das sind eure Kommentare und das macht mich einfach extrem schriftlich aber das hat ja schon mal geschrieben gehabt gesagt gehabt was ist das ich schreibe nur mit euch das ist das was mir irgend so ein bisschen fehlt so der Kontakt zu der Zuschauerschaft der fehlt mir so ein bisschen ja wie gesagt kommen wir zu dem Jahr 2019 was habe ich vor mit wem habe ich es vor ja ich habe gehört mit wem habe ich es vor und was sind da alles so für Formate geplant also Formate im Sinne von nur KVs und KAddis ich meine ich habe ja nirgendwo feststehen von wegen yo Addis und bla und dies und das klar okay im Intro steht Addis with Passion ja so mit Leidenschaft ja aber das steht ja nur unten drin das ist ja nur im Intro so wie dieser kleine Text also von daher es ist ja offen für für viel Platz ja also ich habe viel Freirurg und daher wer weiß vielleicht kommt ja da das ein oder andere Video mit dem ein oder anderen Kollegen Freund Bruder auf Ehrenbar siehst wie Anton der sagen würde ja ihr habt richtig gehört Anton und zwar The Shadow vielleicht wie ihr es auch schon gesehen auf meinem Kanal ist da ein kleiner Kanal verlinkt und zwar The Shadow The Shadow ist ein Kollege von mir der angefangen hat wieder mit YouTube war aber bei irgendeinem anderen Clan ich weiß nicht was für ein kleiner das war jedenfalls als Kommentator der ist jetzt weg mit Unterstützung von mir als Designer und sonstiger Cut-Up Loser wie auch immer zum anderen wäre es auch Leon aka LB Gaming boi plackerslange LB Gaming man weiß es nicht man munkelt mal schauen jedenfalls gibt es dann nicht nur LB Gaming sondern wird es in Zukunft eventuell auch LB Sykes geben und das entschließt sich aus der Kooperation beider Seiten dazu wird es aber in Zukunft noch genaueres geben denn das ist bisher noch nichts standfestes und da wird noch geschaut wie das Ganze läuft wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt die die mir auf Instagram auf Facebook oder auch eventuell Twitter folgen oder halt followen oder abonniert haben wie auch immer wie man es redet und wendet es kommt ja auch gleich hinaus die werden gesehen haben dass ich auch mittlerweile Designs mache genau denn das ist auch hin und wieder mal der Grund gewesen warum kein Video kam ich mache Designs ich habe angefangen mit Designs da ich ja dachte wirklich so ey meine Kanaldesigns die werden immer besser immer immer wieder lege ich einen drauf meiner Meinung nach das ist ja genauso wie bei den Videos meiner Meinung nach eigentlich werden sie immer besser es gibt immer so einen kleinen Punkt wo ich sage das ist besser als vorher und so läuft das halt auch bei den Designs ja ich lege immer einen drauf und so habe ich auch schon Designs gemacht für diverse andere YouTuber Kollegen bekannte Freunde oder auch Brüder eben zum einen wäre es The Shadow, Adobe Gaming, Most, Cube Entertainment und auch sonst für andere die außerhalb von YouTube sind also außerhalb meines Radioskreises sondern halt Kunden waren in Anführungszeichen beispielsweise was damals auch RobbyArts aber um wieder zurückzukommen zum Thema denn das Design Thema war ja eigentlich nur so ein Nebenthema neue Formate und ich habe ja gesagt gehabt dass ich vorhabe halt das ganze zu erweitern das ganze Sprech drum um halt mehr Leute anzusprechen und ich habe damals ja ein FunnFell Video aus Need for Speed Payback hochgeladen was damals auch sehr gut ankam also muss ich sagen also hätte ich nicht mitgerechnet überhaupt nicht also hätte ich nicht mitgerechnet dass es auch so gut ankommt aber es freut mich natürlich es freut mich sehr dass Videos ankommen die keine Adds in dem Sinne sind ein Format beispielsweise was kommen könnte wäre mit Shadow mit Anton meinem Bruder und zwar zwei dumme Ein-Controller die Frage wird dann nur sein der Moment ob auf Xbox oder auf Playstation denn ja Anton ist ein Fremdgeher und spielt auf der Xbox anbei mal angemerkt ihr könnt genau jetzt auf die Info-Karte klicken und könnt euch jetzt mal bei The Shadow umschauen ich glaub ja bisher wenn das Video online kommt ich glaub schon nur ein Video online und das wird das Video sein was ich für ihn geschnitten habe aha ihr seht ihr raus schaut mal vorbei und lasst dir mal ein Abo da ich glaub doch verdient hätte er es auf jeden Fall also von daher warum sich weitere Sachen ausprobieren wieso nicht ich meine wie gesagt ich bin ja jetzt nicht nur ein strikter Edit-Kanal und warum kann man eigentlich was anderes noch hinzufügen deswegen schreibt mal mir in die Kommentare was eventuell sehen wollt sehen wollen würdet ich weiß ja nicht ich bin offen für Neues auf jeden Fall aber kommt mir jetzt bitte nicht mit Minecraft oder Fortnite tut mir das bitte nicht an bitte danke Einen der nächsten Punkte die ich ansprechen will wäre der Punkt Streams ich hatte damals ja mal den ein oder anderen Stream gehabt auch mal den 24 Stunden Stream davor natürlich den 12 Stunden Stream und die waren ja auch nicht grad schlecht besucht aber wie gesagt also ein Thema wäre halt das Thema Streams ähm ich hab ja halt wie gesagt die Game Streams gehabt oder auch den Entwicklungs-Stream quasi von dem M2 Edit Carporn ihr wisst wenn nicht dann wirst du oben rechts wie gesagt das wär halt ein Gedanke also Thema Streams ähm könnt ihr dazu auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben oder mir persönlich auch schreiben auf Insta oder auf Facebook Links dazu natürlich in der Beschreibung könnt ihr gerne vorbeischauen wie auch so alle anderen genannten also jetzt beispielsweise Shadow und LB Gaming hauptsächlich halt und dann zu denen hab ich am meisten Kontakt wäre halt cool wenn ihr vorbeischaut und dort mal ein Abo da lassen könnt und auch mal Videos einschauen könnt und da drunter kommentieren könnt wäre cool würde mich dafür freuen euch da auch zu sehen denn natürlich klar ich selbst schütze sie auch denn sie schützen mich und das ganze Ding ist ein Geben und Nehmen ist für mich dementsprechend selbstverständlich denn so kommen wir zum nächsten Punkt denn auch sie auch die beiden sind nicht ganz gut verantwortlich dafür dass ich auch den einen oder anderen Abonnenten bekommen habe denn mittlerweile sind wir bei 380 Abonnenten man hat mich damals vor einem Jahr gefragt wie siehst du dich auf Youtube? ja keine Ahnung da hatte ich 200 Abonnenten ich meine klar okay soo über andere sind 180 Abonnenten in einem Jahr nicht viel weiß nicht ich weiß nicht was ich sagen soll ja vorhin auch ist ja nicht so dass die Abonnenten tot sind nein es wird ja trotzdem geschaut so ich meine jetzt alleine das Surf Garage Video hat innerhalb 6 Tagen gut 300 Aufrufe immer noch am 1.1. also sprich nicht mal 1 Tag nachdem es rückgeladen hatte hatte es schon gut 100 Aufrufe und das an einem Folgetag von Silvester wo eigentlich gefühlt jeder tot der Ecke lag gefühlt zumindest war das so der Anschein auf Insta und den ganzen Storys dass einfach alles tot war fand ich schon recht witzig wie gesagt schaut da noch vorbei denn auch sie sind auch die beiden sind nicht ganz unwesentlich dran beteiligt dass ich 380 Abonnenten jetzt mittlerweile habe mitunter natürlich auch ist LPN05 dran beteiligt ja denn er hat auch damals einen Großteil oder auch heute noch einen Großteil zu beigetragen dass ich einen guten doch einen Schub bekommen habe was Abonnenten betrifft eine weitere Sache ist halt wie gesagt der Support vom Strophe Garage und entsprechend auch erstmal ein fettes Dank an Sven da wird was in Zukunft kommen ich hoffe in naher Zukunft in Kooperation mit JJ Graphics auch in der Infobox verlinkt denn die sind nicht ganz unbeteiligt an dem was ich vorhabe mit den Endgame to Real Life denn von JJ Graphics habe ich die Cliffs von Sven's GT86 und glaube an GT400 denn das ist eine perfekte geile Karre kein Scheiß müsst ihr euch mal gönnen schaut mal auf Instagram vorbei bei Sven also Instagram slash GT86 aber auch in der Infobox verlinkt natürlich denn Support ist kein Mord man sollte geben und nicht nehmen können von daher das wären so meine Punkte oder meine Themen wie es gewesen ist so grundlegend für das Jahr 2019 dann würde ich sagen mach's dich gut mach's besser und wir sehen oder schreiben uns demnächst auf Insta oder hier eben in den Kommentaren ciao ciao